Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Diese Woche gibt es das Revanche-Video. Letzte Woche haben wir uns ja vor toxischen und gefährlichen Männertypen, also von Typen, von denen die Frauen die Finger lassen sollten, beschäftigt. Und diese Woche beschäftigen wir uns mit Frauen, von denen Männern die Finger lassen sollten. Also dranbleiben! Ja, natürlich, ich sehe es ein, meistens sind die Männer schuld und ich bin in einer Branche, wo ich natürlich 80% weibliche Klienten habe. Aber dennoch muss man auch sagen, der Fairheit ein bisschen den Vorzug geben. Nachdem wir ja alles gleichberechtigen und gendern und darauf achten, dass alles gleich verteilt ist, werde ich diese Woche mal über Frauentypen sprechen, vor denen sich die Männer hüten sollten, beziehungsweise wenn etwas läuft in einer Beziehung, wo man aufpassen sollte. Und wir fangen gleich mal an. Frauentyp Nummer 1. Es gibt dieses berühmte Lied, Ich bin dein Sisyphus, du bist mein Stein. Ist das bekannt? Dazwischendurch Mann. Und da sollten Männer einfach aufpassen, weil gerade nach einer Beziehung, das gilt natürlich für Frauen auch, aber genauso gilt für Männer das Frauenvideo und vice versa. Also insofern bitte einfach gendern das Ganze. Es gibt diesen Zwischendurch Mann. Und dieser Zwischendurch Mann ist jemand, der direkt nach einer Trennung oder in einer schwierigen Scheidungsphase einfach mal da ist, tröstend wirkt, vielleicht der Frau Komplimente macht, vielleicht auch mit ihr schläft. Und da sollten die Männer einfach aufpassen, dass sie nicht in diese Zwischendurch-Mann-Falle tappen, weil man einfach in so einer Krise oder kurz nach so einer Trennung oft noch nicht offen ist für was Neues. Und da sind dann oft die Männer, die dann ganz nett zur Seite stehen und der Frau den Rücken frei halten. Oft einmal vielleicht der richtige Mann zum falschen Zeitpunkt. Also pass auf, dass du nicht zum Zwischendurch-Mann mutierst. Regel Nummer zwei oder Achtung für Männer Nummer zwei. Das klingt jetzt etwas profan, aber das sollte man auch mal sagen, es gibt keinen unverbindlichen Sex. Unverbindlicher Sex ist ein Mythos. Das heißt, bei Sex bindet man sich andauernd, auch energetisch. Also man kann bei Klienten zum Beispiel, habe ich das öfter, wenn man mal so eine Reinigung macht, man merkt wirklich im Energiefeld so sexuelle Reste von jemandem. Das ist jetzt nichts Dramatisches und das passiert auch immer wieder, aber es gehört nur mal dazu gesagt, es gibt keinen unverbindlichen Sex. Und die energetische Ebene mal zur Seite gelassen, was meine ich jetzt auch damit? Wenn der Mann glaubt, oh toll, da habe ich jetzt eine Frau schnell im Bett und das ist leichter, dann hat er meistens dann ein Theater, weil die Frau mehr erwartet. Und spätestens nach dem zweiten, dritten Mal Sex kommen mehr Gefühle, kicken die Bindungshormone mehr ein und da will dann eine Frau oft einmal mehr, egal was sie dann sagt zuerst einmal. Also da aufpassen, wenn man da nicht wirklich sich auf mehr einlassen will. Und die zweite Gefahr ist, wenn die Frau da mehr Abstand haben kann, kicken womöglich die Bindungshormone auch beim Mann mit ein und der steht dann da, verliebt, hat sein Herz gegeben und ist wahnsinnig verliebt, aber die Frau will dann auch nicht mehr von ihm. Das heißt, bei Sex immer gut aufpassen und immer bewusst sein, das gibt eine Verwicklung, das gibt immer eine Verwicklung. Und da rede ich jetzt nicht von einer Schwangerschaft, sondern ich rede einfach mal von einer energetischen Bindung und man sollte sich überlegen, möchte ich das wirklich mit diesem Menschen teilen oder nicht. Mein Tipp Nummer drei bei den Frauen, wo ein Mann achten sollte, ist der beste Freund, die beste Freundesfalle. Weil es gibt so Männertypen und das finde ich so schad, das sind so ganz, ganz nette Männer, die kommen zu mir auch in die Praxis und die würden alles machen für die Frauen und immer da sein und helfen und die sind praktisch und sind immer da zum Anhören, wenn es wieder Probleme gibt und schmachten so im Stillen verliebt vor sich hin. Aber sind eigentlich im beste Freundeck bei einer Frau. Also mach dir als Mann auch ganz klar, um was es bei dir geht und was dir wichtig ist. Und da ist dieses männliche Prinzip das aktive Prinzip und ich sage jetzt nicht aggressiv sein, sondern einfach nur klar sein, um was es dir geht. Du pass auf, wir treffen uns, aber ich möchte in diese Richtung reingehen und dann kann man schon schneller aussortieren, ob das jetzt passt oder nicht. Und so entgeht man ein bisschen dieser besten Freundefalle. Weil das ist unglaublich, wie sehr da oft Männer drunter leiden. Also man glaubt es kaum. Einen Zusatztipp habe ich jetzt noch für die Männer und das ist die Material Girls. Also ich rede heute so in Musiktiteln, aber das ist wirklich so der Punkt. Das erlebe ich auch ganz, ganz oft, dass Männer halt sehr großzügig sind, finanziell großzügig sind, Frauen erhalten und durchhalten, wo man dann einfach auch sieht, okay, die werden oft einmal ausgenutzt. Und da würde ich als Mann auch darauf achten, dass so das Geben und Nehmen funktioniert. Und das meine ich jetzt gar nicht im finanziellen Sinn, sondern dass ich auch sage, okay, passt das, was ich da rein investiere, überhaupt zusammen. Und das würde ich auch Frauen empfehlen. Aber ich sage es jetzt einfach von der Männerseite her auch. Also investiere ich da jetzt in jemanden oder gebe ich da jetzt in jemanden hin, wo ich sage, okay, das wird sowieso nie so richtig zusammenpassen oder das lässt sich so schwer ausgleichen. Und das ist natürlich ein sehr haariges Thema, dass man sagt, ja Liebe und Geld und da redet man ja nicht drüber. Aber ich finde, da sollte man drüber reden. Denn gerade Finanzen und ein gewisser Stil, ein gewisser Standard sind wichtig, auch in der Zukunft. Auch wenn du länger zusammen sein willst mit jemandem, dann ist es einfach wichtig, dass man über so etwas redet. Denn wenn du jetzt der Typ bist, der sagt, na gut, die 3 Euro Prosecco vom Hofer schmeckt hervorragend, da brauche ich keinen 50 Euro Mois Chardon. Okay, das ist ja nett, aber passt das dann auch zusammen? Weil wenn du jetzt einfach mal deine Kohle zusammenkratzt und am Anfang beeindruckst du die Frau mit der Flasche Champagner und führst sie in tolle Restaurants, aber das ist ein Standard, den du eigentlich nicht halten kannst oder willst, also kannst finanziell oder willst, weil es dir nicht entspricht, weil du sagst, na Würstelstandel funktioniert auch gut oder gehen wir mal zu McDonalds, dann werden da oft Erwartungen geweckt und man kommt in so eine Falle rein, in so eine Erfüllungsfalle. Also deshalb macht dir immer gleich klar, was ist dein Standard und bleibt da auch dabei. Natürlich legt man sich am Anfang besonders ins Zeug und ich denke, es ist ja auch gut, das gehört zu einer Bewerbungsphase dazu, aber wenn du dann, womöglich mit deiner erfolgreichen Balz, die eine Prinzessin ans Land zieht, die diesen Standard gewohnt ist oder die sagt, das funktioniert nur so, naja, dann hast du sehr schnell eine sehr, sehr unglückliche Frau daheim sitzen und das wird dich letzten Endes auch frustrieren. Also gut, es klingt wie gesagt sehr oberflächlich, aber ich würde wirklich empfehlen, mach dir klar, wo du stehst und mach dir auch klar, was du bereit bist auszugeben, auch für die schönen Dinge des Lebens, was willst du machen, wenn du recht ein sparsamer Typ bist, dann wirst du nicht 100 Weltreisen oder keine Ahnung oder eben diese 5-Gänge-Dinner dann permanent bezahlen. Also da bitte sei ehrlich und sei aufrichtig und ja, dann sollte das eigentlich passen. und wenn eine Frau wirklich nur also auf das auslegt, nämlich diese Oberflächlichkeiten, dann ist natürlich die Frage, ob es das überhaupt dann wert ist und ob das überhaupt längerfristig dann Sinn macht für dich. Tja, und ich möchte jetzt noch einen Bonus-Tipp für die Frauen der Schöpfung hinzugeben und das ist leider etwas, was ich in der Praxis auch immer wieder erlebe und ich weiß, es ist jetzt unfair den Männern gegenüber, aber ich sage es jetzt trotzdem noch dazu. Liebe, liebe Frauen, bitte überlegt euch gut, ob ihr für einen Mann bürgen wollt bei einem Kredit, ob ihr dem finanziell aushelfen wollt bei einem Kredit und so weiter, also finanziell einfach da unterstützen wollt. Denn grundsätzlich ist das zwar nett, aber eigentlich, ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, finde es wahnsinnig unmännlich, wenn einem Mann von einer Frau geholfen werden soll. Und das ist jetzt kein so ein Macho-Spruch, den ich da ablasse, sondern ich erlebe es immer wieder, dass Frauen durch Männer wirklich in arge finanzielle Bedrängnis kommen. Und das sind dann oft die Lieben, die Weichen, die gutmütigen Männer und da ist die böse Ex-Frau da und so weiter. Also immer Achtung, Achtung, ich habe es eh schon erwähnt im anderen Video, ich verlinke das nochmal für die Damen, aber aufpassen. Und ich finde, es sollte in einer Beziehung jeder mal finanziell auf eigenen Füßen stehen und man sollte keine so Abhängigkeiten entwickeln. Und schon gar nicht als Mann. Denn ein Mann, und das sage ich jetzt noch einmal, denke ich, tut es gut, dass er für jemanden auch sorgt, dass er jemanden mal einlädt, dass der mal großzügig auch ist. Und auch wenn ich mich damit vielleicht in den Nesseln setze und vielleicht ein bisschen altmodische Anschauungen habe, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung raus und bei meinen Klientinnen habe ich ganz viel Leidensdruck gesehen und die hätte man sich gespart, wenn man da finanziell ein bisschen realistischer gewesen wäre. Und letzten Endes geht es dann immer darum, okay, wie möchte ich leben, was ist mein Standard und wo wollen wir dann hin? Denn blöderweise sind diese Männer dann oft ganz, ganz schnell weg, weil sie ja auch, weil Geldprobleme heißt ja auch immer, Erdungsprobleme, materielle Probleme haben. Das heißt, die sind dann auch oft gar nicht so zuverlässig, weil die einfach dann in einer anderen Schwingung sind. Das meine ich gar nicht jetzt böse, sondern die sind, das ist einfach so. Wenn das Wurzelschakra eine schlechte Disposition hat, hast du oft einfach auch mit dem Geld dann die Themen. Und dann steht aber dieser Mann auch nicht so gut im Leben und steht wahrscheinlich auch nicht so in der Beziehung, okay. So, jetzt habe ich im Männerwaren-Video auch noch Tipps für Frauen reingeschmuggelt, aber es passt ja für Männer auch. Also du kannst dir auch mal überlegen, wenn du da eine Disposition hast oder mit Geld nicht so gut umgehen kannst. Es gibt natürlich irrsinnig viel so Finanzseminare und auch Umgang mit Geldseminare. Das würde ich auf jeden Fall mal empfehlen. Biete ich auch von Zeit zu Zeit immer wieder an. Aber definitiv, schau einfach mal drauf. Was ist dein Standard? Passt der Partner, die Partnerin, mit dem ich mich da jetzt gerade treffe, würde das zu deinem Standard passen? Passen die Zukunftsperspektiven, der gemeinsame Weg? Und dann ist man da schon ziemlich auf der sicheren Seite. Ja, danke fürs Zuhören und bitte nicht zu viel schimpfen. Und wenn es was zu schimpfen gibt, Anregungen, Wünsche, Beschwerden, einfach unten in die Kommentare. Wenn du ein Video zu einem bestimmten Thema haben möchtest oder auch aus der energetischen Sicht mal was betrachtet haben möchtest, dann schreib es mir auch einfach in die Kommentare. Ich mache da natürlich gerne ein Video drüber. Ich verlinke auch unten nochmal das Video für die Frauen, den Podcast für die Frauen, dass man da ein bisschen den Ausgleich hat, was ich da für Tipps gegeben habe. Ja, und bis dahin, bis wir uns wiedersehen, wünsche ich dir mal alles Gute. Wir sehen uns sicher schneller wieder, wenn du diesen Kanal abonnierst oder mir einen Daumen hoch gibst. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und einfach daran denken, Erini bringt Energie. Alle Termine, alles Weitere auf meiner Homepage ist ebenso unten verlinkt. Alles Gute, eine wunderbare Zeit, dein Oliver Erini. Tschüss.